Herzlich Willkommen bei Minecraft bei MayasTV und Bionalu. Bionalu spielt nur gerade etwas Sims. Besser gesagt, sie spielt Sims in Stardew Valley. Ja, wir sollten das erklären. Sie baut in Sims Stardew Valley nach. Ist schon ganz spannend. Ich bin hier in meinem neuen Gebäude. Die Dorfbewohner sind hier nicht ohne Grund eingesperrt. Ich habe aus einer verlässlichen Quelle eine kleine Hilfe bekommen, wie man Dorfbewohner macht und abschüchtert. Ich habe mir schon einige von Futter gegeben. Was sie essen können. Brot und Möhren habe ich angegeben. Ein bisschen hohes Fleisch geben soll. Das kann ich noch nicht sagen. Ähm... Ich schmeiße ihn noch mal ein bisschen. Wenn schon die Möglichkeit besteht, vielleicht kommen wir irgendwann mit ein kleines Kind da raus. Und sonst stehen ja nicht die ganzen Decken hier. Das nennt sich Rückenpfisch hin. So. Gucken wir mal was geht. Gucken wir mal was geht. Da sieht man mal wie die Dorfbewohner sich wie die Aasgeier das Brot hermachen. Alle. Auf einen Schlag. Könnte ich hier mal rauslassen. Oh, sein Kater soll ich hier auch mal wieder rauslassen. Das ist ein bisschen eingesperrt. Wie ich gerade höre. Der beschwert sich gerade. Achja, das neue Haus. Das sieht ungefähr so aus. Ich muss aber erstmal gucken. Die Option. Grafik. Helligkeit. Düster. Wenn man noch ein bisschen was sieht. Ah, sonst besser. Ähm. Na. Klosstunddach. Ja. Jetzt werden die Katzen erstmal draußen versorgt. Das soll ein Gebäude werden für für naja, für was eigentlich? Rohstoffe. Hier werden dann Rohstoffe angesammelt. Was, äh, brauche ich zu verzieren? Das hier noch. Ich habe ja schon einiges gemacht. So. Das wird ein schönes große Fenster, nur die Treppe ist im Weg. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier werden quasi Blöcke mit Rohstoffen, äh, Rohstoffen aufgebaut. Direkt Blöcke. Die man im Zuleibemodus im Rohstoffmangel abbauen kann und für sich nutzen kann. Für Werkzeug. Etc. Alles was eben so anfällt. Ja. Schöne große Fenster, oder hohe Fenster besser gesagt. Um die Heizkosten in die Höhe zu treiben. So, damit kennst du dich ja aus. Ja. Also ich wollte ja eigentlich heute mit dem Technik Launcher spielen. Dann haben wir den Versuch gemacht mit dem FTP Launcher. Dann hat aber diese, ähm, alte Java Version einen Strichzeug durch die Rechnung gemacht. Mein Rechner ging dann auch nicht mehr so richtig durch die IDEA Version. Aber die Aufnahme dann, ähm, hat er nicht vernünftig abgespeichert. Also heute ging mit der Kiste alles... Ach. Was soll ich sagen. Also. Nicht nur die Kiste ging fast an die Decke, ich auch. Hehehe. Das war für mich heute schwierig, mich echt zurückzuhalten. Glas. Nehmen wir mal rotes Glas. Da haben wir zumindest die Wände, das Dach. Ja, ich bin Offline-Modus ein bisschen gespielt. Weil das Aufnahmeprogramm auch nicht so richtig ging. Also heute ging ja eigentlich nicht mehr. Ich hoffe ja zumindest, dass diese Aufnahme aufgenommen wird. Dass er die wenigstens vernünftig bei sich hat. Insofern Java nicht mal wieder rummeckert nachher. Java ist ja heute echt nervig. Sonst geht es immer. Aber heute hat die aber echt einen Arsch offen. So. Rote Fenster. Guck mal, ich kann die von oben aussehen. Rohstoffe werden natürlich später erst einge... Also die hier wie ein Museum eingebaut. Habe ich eine Tür irgendwo? Ah, super. Eine Doppeltür, genau. Und jetzt kann ich mal ein bisschen fliegen. So ist quasi der Bau. Oben die Dorfbewohner drin, wo sie ihr Bett haben. Mit genügend Türen. Hier kommen noch ein paar Dorfhäuser hin. So vier Stück ungefähr. Und dann wird die Straße dann hier so umgebaut. Zu dem neuen Vorratslager. Die Katze geht gerade mit Volker Rache auf meine Lebensmittel drauf. Und unsere Katze, die geht mit Volker Rache auf meine Lebensmittel drauf. Also nicht die Minecraft Katze, sondern die echte Katze. Die springt hier einfach auf den Tisch. Die springt hier einfach auf den Tisch. Ah ja, das Aquarium habe ich auch mit ausgeleuchtet. Auf Anraten mit Seetang noch gefüllt. Damit man besser sieht. Und besser hören kann. Wenn irgendwas dran schwimmt. Ähm. Ich frag mich gerade. Ach ja, stimmt ja. Ich habe das Gebäude ja in den Baum eingebaut. Und auf der Seite muss ich dann quasi beim Meer hinten noch den Bahnhof bauen. Wobei man sich dann so eine Überwasser-Plattform aus Glas erstellen kann. Lass mich auf ihn. Ah, das ist gut. 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 So. Und der Golem war da und hat mich gerettet. Äh. Händler gerettet. Wenn ich den eigentlich den Mannequens etwas werksack. Habe ich vorhin auch was gehört. Zuwerfe. Kann ich ja mal versuchen in der Folge. Ich werde die Folge erstmal nicht so lang machen, weil ich weiß nicht ob das Aufnahmeprogramm richtig abspeichert habe. Und ich habe dann die dritte Aufnahme versaut. Genial. Es hat geklappt wie am Nachwuchs. Echt? Ja. Eins. Ein Baby. Ne, zwei Babys. Das muss aber auch ein... Gute Gelager gewesen sein bei den ganzen Leuten hier drinnen in einer Halle. Ein Blätter ist das. Ein Achter ist das. Muss ich mir das mal vorstellen. Hä. Oh Gott. Drei Babys. Auf einmal. Da kommt das dritte auf einmal her. Aus welchem Loch ist das denn noch ausgebrochen hier? Da waren nur noch zwei. Da liegt sogar noch Brot in der Ecke. Das haben sie einmal fallen gelassen. Ich schaue mich an und gehe weg. Eins, zwei, drei, eins. Vier Babys. Jetzt hat man noch vier Babys. Also ich habe es auch nicht gesehen, aber ich fand die zugekommen. Aber es ging ja nur darin, dass die Babys nicht mehr ausgedacht haben. Es ging ja nur darin, dass die Babys nicht mehr ausgedacht haben. Es ging ja nur darin, dass die Babys nicht mehr ausgedacht haben. Komischerweise die ganzen Ewigkeiten, die da drin eingesperrt waren, hat sich kein Baby da entwickelt. Nachdem ich das Ding geöffnet habe, diese komische Mauer da. Das ist eine Abhaumauer für Erwachsene. Das ist eine Abhaumauer für Erwachsene. Ähm... Erst nachdem ich die rausgelassen habe, kommt jetzt ein Ding nach dem anderen. Das lustige ist halt, die kommen rausgetrochen und können gleich laufen. Die werden von Storch gebracht. Die kommen aus dem Storch gebrochen. Das war das, was uns den Storch nicht geschmeckt hat. Da kam oben wieder raus. Da kam ein Baby raus. So... Ja, ich freu mich. Da kam der aus dem Storch oben raus. Ich nehme mal meine Katze wieder mit. Abho, du kannst mal hier stehen bleiben. Komm, 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 komm. 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 Komm rein. Komm. So. Jetzt kannst du hier drinnen bleiben. Du bist im Trockenen. Warte. So. Jetzt mache ich mal eine kleine Aufnahmepause. In der Ordnung. Das ist die Aufnahme, die ich mal nicht versemmelt. Dieses Programm und dieses Java Version. Die mir heute schon einige graue Haare gebracht haben. Fünf Stunden dran geärgert. Jetzt sind die grauen Haare mehr geworden. Gut. Okay. Ähm. Ja, ich fahrs los einmal mit der Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.